Er wachte auf. Er pinkeln musste. Außen wehte ein starker Wind. Es war warm, in Florida war es das fast immer, aber er mochte das Geräusch nicht, und daran würde sich wahrscheinlich auch nie etwas ändern. Es erinnerte ihn an die Zeit im Overlook, als der defekte Kessel die geringste Gefahr dargestellt hatte. Danny und seine Mutter lebten in einer engen Wohnung im ersten Stock eines Mietshauses. Er verließ sein kleines Zimmer neben dem seiner Mutter und überquerte den Flur. Eine Windböe fuhr in die sterbende Palme neben dem Haus und ließ ihre Blätter rascheln, wie das Klappern von Knochen klang. Wenn niemand die Dusche oder die Toilette benutzte, stand die Badezimmertür immer offen, weil das Schloss kaputt war. In dieser Nacht war die Tür geschlossen. Allerdings nicht, weil seine Mutter da drin war. Wegen der Gesichtsverletzungen, die sie im Overlook erlitten hatte, schnarchte sie beim Schlafen immer. Ein leises, pfeifendes Geräusch, das er aus ihrem Zimmer kommen hörte. »Ach«, dachte er, »bestimmt hat sie die Tür versehentlich geschlossen, das ist alles.« Er wusste es besser. Schon damals. Auch er hatte starke Ahnungen und Eingebungen. Aber manchmal musste man es eben ganz genau wissen. Manchmal musste man es sehen. Das hatte er im Overlook herausgefunden, in einem Zimmer im ersten Stock. Mit einem Arm, der ihm zu lang vorkam, zu dehnbar, zu knochenlos, drehte er den Knauf und öffnete die Tür. Da war die Frau aus Zimmer 217, die er gewusst hatte. Sie saß nackt mit gespreizten Beinen und prallen, bleichen Oberschenkeln auf der Toilette. Ihre gruenlichen Brüste hingen herab wie schlaffe Luftballons. Das Haarbüschel unter ihrem Bauch war grau, auch ihre Augen waren grau wie Aluminiumspiegel. Als sie ihn sah, verzogen ihre Lippen sich zu einem Grinsen. »Mach die Augen zu«, hatte Dick Halloran ihm einmal gesagt, »wenn du etwas Schlimmes siehst, mach einfach die Augen zu und sag dir, dass es nicht da ist. Und wenn du sie wieder aufmachst, ist es fort.« Aber das hatte schon damals, als er fünf Jahre alt gewesen war, in Zimmer 217 nicht funktioniert. Und jetzt funktionierte es sicher auch nicht. Das wusste er. Er konnte die Frau riechen, sie war dabei zu verwesen.